Ja, meine Freunde und äh, wir haben Spaß. 35. Folge, wenn mich nicht alles am täuschen sein sollte, und das ist es ja für gewöhnlich, aber ist ja auch egal. Alter, wo kommst du denn her? Was geht mit dir? Ey, so ein Arsch. Der war doch vorhin noch nicht da. Jetzt ohne Wismar, der war auch letztes Mal nicht da. Wie soll ich ein Spiel gewinnen, wenn ein Gegner nicht da ist? Hallo? Wie behindert ist das denn bitte? Das ist nicht cool, es tut mir leid. Sowas ist echt nicht cool. Aber ich habe ja eine Zweitwaffe, die habe ich ja drauf. Komm, klopp das Viech kaputt. Ich hau mein Sand raus wie sein Moos, das kannst du dir glauben, ey. Komm, zack, 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 zack. Das nächste Mal ist er weg. Drei, nee, fünf, vier, drei, zwei, eins, drei, zwei, eins, null. Danke fucking schön, mein Friends. Das ist was mit dir. Nein, ja klar, ja klar, weißt du, wie behindert, wie behindert ist denn sowas? Ich kann das Spiel nicht gewinnen, weil das Spiel abkackt. Das ist doch nicht cool. Das geht doch nicht. Ich nehme übrigens jetzt mal in einer anderen Grafikeinstellung auf und ich habe durchgehend drei, zwei, vier, fünf, ich habe viele Frames auf jeden Fall und das ist schön. Aber das ist trotzdem, also sowas, das ist nicht cool. Tut mir leid, das ist einfach nicht cool. Ich werde schon auch kein Raider oder so, das ist halt wirklich mal nicht meine Schuld, wenn das Spiel einfach nicht funktioniert. Tut mir leid. Ich nehme an, irgendwas unten hat sich geöffnet. Werden wir ja gleich mal nachgucken. So gleich als bald. Ja, ich habe es auch richtig drauf. Voll Spaß, ey. Ich meine, einfach mal nachgucken oder so, wäre zu einfach. 18 Frames, 17, 18, das liegt aber an der Zeitflug, glaube ich. Also ich persönlich kann mit 18 Frames leben. Solange es nicht schlimmer wird, werde ich... Hoppala, ja genau, werde ich die Grafik auch nicht runterschalten. Also ich meine, 19, 20, 20 Frames, ich meine, weil, es gibt doch kein Problem. Zack. Komm nur, ja, ey. Geh kaputt gemacht. Ich versuche, jetzt mal die ganze Aufnahme keine Schriftstaste zu sagen. Also, also ab jetzt so. Das, was vorher war, zählt nicht. Falls da was gewesen sein sollte, ich weiß es nicht mehr. Dir sagt es nicht wert, dass ich meine Zeit mit euch... Ja, aber wenn du dann kaputt gemacht wirst, von dem ist auch nicht geil. Leider nicht geil. Zack. Was gebe ich denn hier? Kann man, das kann man doch, oder? Ja klar kann man da, ey, gewusst habe ich. Hallo, 6 Frames, das ist jetzt, das ist jetzt nicht mehr cool. 20. 26, okay. Aber wenn es weiter, wenn die kleinen Frame-Einbrüchen bleiben soll, ho-ho-ho-ho-ho, sollte. Schwier, das ist welchen, welchen Wandanschlag, das ist nicht cool. Tut mir leid. 3 kann ich überhaupt einschlagen bin mir nicht sicher die kann ich nicht einschlagen die ist halt nur da so zur Belustigung mal, weil wir Spaß haben bababa ok machen wir nochmal den hier äh, die Tür dahin geht auch, ok? die... ne, warte das ist ne andere Tür jetzt bin ich verwirrt welche Tür ist jetzt die Frage ist da hinten eine? ich seh's nicht ja, geil aha, das ist sehr cool ok, das ist er für mich wieder hier gibt's ein Lebensupgrade das riech ich, das riech ich das riech ich, hier geht mir wieder die Quad die Quad zum Abräumen nein das war, das war ziemlich behindert leider aber das können wir ja behindert sein also da hab ich Skill drin und los man sieht immer nicht wie weit man noch davor ist und wie weit nicht und keine Ahnung so ich hab zum ersten Mal seit ich LP da oben rechts der Framezahl stehen das ist eigentlich total ungewohnt weil da noch nie eine stand irgendwie logisch und deswegen und äh was hallo 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 aua 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 ich bleib mir jetzt mal stehen weil wo muss ich denn lang ach da ist ne Tür ich Spaß haaa ich geb da jetzt mal gar keinen Kommentar einfach zu ab nein 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 nicht cool ich sollte da links vorbei erstmal das ist schon mal Nummer 1 boah nein erstmal nicht ich muss erstmal gucken was zu tun ist ok dann kommen die Freunde dann gehen wir da durch so 8 Frames nein 19 so ruhig sie mal spiel komm mal klar 15 11 15 11 ha komisch wir schauen wir starren jetzt mal gegen die Wand predictable Läuft einfach mal nicht flüssig aber egal kommt Nein 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 nicht sterben ich habe es soweit geschafft ich würde es nicht verringern boah boah ist es ist es wirklich ist es wirklich ich habts willen ich habts ich habts ich habts alter yes 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 take that, take that das, so sieht es nämlich aus 17 15 ich will die Zeit lang und springt immer so hin und her mit einer geringen Anzahl von Frames hohen wir uns satt die sind Lebens-Upgrade äh übelst krasse Augen hier nochmal, ich liebe diese Augen, die sind so überkast, die sind übergeil einfach ich liebe diese Augen, so, also nicht ich liebe jetzt, sondern ihr wisst, was ich meine oh, wir halten, danke ja klar nehmen wir gerade mit 69, wir nehmen mit 60 Frames auf, klar, ich habe das Maximum auf 30 gestellt aber es ist klar, das ist kein Problem 15 ich meine, ich will nicht, dass es mit 60 Frames aufnimmt, aber wenn das Spiel Bock drauf hat, dann kann man es machen, 23 ich nenne die Aufnahme vielleicht Frametastisch oder so einfach so und ich muss diesen Partymann widmen, weil ich eine Wette verloren habe und zwar habe ich gewertet, dass ich cool bin und, ha, so witzig nehmen wir ehrlich ich habe jetzt war noch einmal gucken gut, das kannst du echt nicht erkennen, dass es eine Fülle sein soll, egal ich habe also es ist jetzt, pass auf, erstmal Vorgeschichte, Edis Edis, der Wecker ist umgefallen 1.55 Uhr, nachts, warum nehme ich jetzt auf, weil ich es kann und weil ich jetzt Bock drauf habe und weil ich es ergeben habe, so und jetzt wollte ich die arme Tanja, wollte auch dabei sein, aber sie kann nicht, weil sie hätte sonst Menschen aufgeweckt, die das anscheinend nicht wollen also ich würde sehr gerne um 2 Uhr aufgeweckt werden, hätte ich richtig Bock drauf ich weiß gar nicht, wie man sowas nicht wollen kann, so ein Geschenk des Himmels das ist ah, nehm mal ehrlich, ich widme mir diesen Part, weil sie nicht dabei sein kann und weil sie wahrscheinlich, also ich würde nein, sie würde nicht viel gerne dabei sein, komm äh, nur am Labernet, ich nur am Labern, beschlappst du äh äh, egal, kann ich, ach da oben, der Ball, komm ich da hin? natürlich komm ich da hin, ha was soll's mal gucken äh, ich muss irgendwas Lustiges mit Tanja sagen, ich muss in Tanja einen Satz einbauen mir fällt nichts ein aber ich bin ja sowieso unkreativ, also ist auch egal wir speichern erstmal Hätte ich jetzt auch gar nicht gemütet Neuer Spitos Stamm äh, yo, sieht gut aus, Jungs, habe ich sehr schön sehr schön Dings gemacht, da wisst ihr Bescheid, also ihr habt euren Job sehr gut gemacht, egal was ihr gemacht habt, aber Respekt Tanja hätte das respektiert, so mal wieder irgendwas total sinnlos ok, was war das für Stimme im Hintergrund, warum war sie da und warum ist die Musik eigentlich so laut auf meinem Ohr, die müssen wir mal leiser schüllen, so jetzt ist leise äh, toll, hab ich gar nicht gedacht ach ja, jetzt kommt ihr wieder angekackt oder was, ey der Schmerz ist aufregend wo, äh, jetzt ohne Witz mal, ja ihr habt grad neuen Spruch gebracht na komm, den, den lassen wir, aber der Schmerz ist so aufregend, äh, das ist ein neuer Spruch also, ja, aber jetzt ohne Witz mal nicht schlecht sehr egal wir sind, wir sind das, waren wir schon mal ich glaube, dies ist nicht der Fall Kalinas Bibliothek welch weiß, Empress, warum steht sie hätte mich viele Dinge lernen können wenn die Geschichte einen anderen Garten die Untertitel die greifen gleichzeitig an ha, ha nur am Labern hier, ihr seid so Laberkopfel Laberkopfel, Laberkopfel hier nur jetzt wollte ich irgendwas sagen na, egal ich habe gestickt du hast erstmal gar nichts gesagt das ist ja das Problem in der Sache mit euch würde ich jetzt gerne mal ein bisschen Sand auffüllen ich bin voll, voll sandgeil Tanja wäre nicht so sandgeil sie konzentriert sich auf die wichtigen Dinge des Lebens ich war immer noch von Sand aus mir ist auch leid äh, ja, kann ich den bewegen den Thron oder ist nur so da, weil er hässlich ist? ok, erst, warum ist mein Bildschirm vollgespotzt? weiß ich nicht das war mein Hund natürlich habe ich ja einen Hund, das wissen die meisten was, nein, ich dankeschön ey, wie, über, jetzt mal ohne Witz, was geht denn hier grad ab? was ist denn das für ein überheftiger Effekt, Alter jetzt ohne Witz mal, was war denn das für ein Effekt grade, ey, der hat ja alles weggefügt jetzt ohne Witz mal warum tut mein Fuß grade weh, Aua ich kann nicht, ich kann nicht hingehen, weil, jetzt kann ich ah, 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 ah Alter, was ist denn das? was ist denn, was ist denn los, ey? was ist denn das, so ok, hässlicher Thron ist am Start und wir drehen da mal auf wir drehen da mal den Swag auf die Freunde der Sonne also erstmal ihr seid es gar nicht wert, dass ich meine Zeit mit euch verschwende wollte ich auch mal gesagt haben so, Mikrofon hängt mir gleich mal richtig im Mund, lecker wenn man schon nichts auf Abendessen bekommt was ist das was zu machen? nein, war Spaß, Mensch ich esse doch reichlich, ha, sieht man auch Fettsack ach, das ist hier so ein Dingens, der sagt das welche Tür ist grad aufgegangen? wo? es war doch nur eine Tür im Raum oder war, warte ja, aber wo jetzt? die sind verarschen hier ist jetzt mal ohne willst, welche Tür bitte? nein, das ist mein Ernst, welche Tür? welche Tür sind jetzt bitte aufgegangen, im Gehblick? hier, ne Alter, hier gibt's keine Scheiß Tür das ist nicht cool was soll denn was? äh, okay also den Schalter, wir sind eins der nächsten Schalter betrieben das ist ja irgendwie logisch so, dann geht der weg geht der durch vielleicht sehen wir irgendwo schon die Tür, der hier zugeht oder die Tür ist schon äh, tut mir leid, ich weiß es echt nicht ich mein, bin ich so dumm oder tue ich nur so? ich würd jetzt gern sagen, ich, äh, tu nur so dies ist leider nicht der Fall, meine Damen und Herren kann ich das nur so ein bisschen? ne, ich muss immer voll nonstop hier ok, 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 heißt, ich muss das das weiß ich's, also wenn's so ist, wie ich denke, wäre das nicht einfach kann ich das mit links gemacht, wollte ich nur mal gesagt haben ich will nur nicht, voll Spaß äh, ja, so, geh mal her gib mal den Sand ok wir probieren es jetzt nochmal so wie ich mir jetzt denke und ich könnte schon ein bisschen Zeit verschwendet haben, weil ich die Zeitlupe zu langsam aktiviert habe, aber gut da, ich hab's gesehen, siehs, 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 geil, 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 die Zeitlupe, die hab ich auch bitter nötig gehabt, also die hab ich wirklich gebraucht, das war richtig behindert wow, 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 ladies ja, man ist auch ein bisschen schreckhaft irgendwie um 2 Uhr nachts, im Dunkeln wenn nur das das kleine Funzellicht hier an ist dann hab ich nochmal ganz, ganz viel Angst allein im Dunkeln dann er freut sich wieder warum wollen alle sehen, wie ich Angst habe, das ist nicht cool, man ihr spielt mit Gefühlen von echten Menschen und mit meinen geht nicht warte, was ich